Seine Schule hat es sehr begrüßt und unterstützt. Das ist 24-7, also so eng waren wir seit seiner Geburt nicht mehr. Wenn der mal reden würde, der spricht besser als ich Spanisch. Deutsches Expertentum, deutsche Technologie, deutsche Erfahrungen hier nach Costa Rica zu bringen. Also ich finde das unabdingbar, egal wo ich hingehe, ich muss die Sprache sprechen. Das Reisen ist total easy. Also selbst wenn wir so wie wir gestern auf dieser wunderbaren Staubpiste Vater-Sohn-Abenteuer da an der Pazifikküste entlang gefahren sind. Dann haben wir große Schlaglöcher, Wasserlöcher. Bis auf 3200 Meter, glaube ich, diese Nebel, Regenwälder. Auch noch so ein Punkt, also an nahezu jeder Stelle, wo wir waren, beste Internetverbindungen. Costa Rica to go. Costa Rica to go, ja, also absolut klasse Land.